Beim NIOS war die Herausforderung, ein extrem energieeffizientes Fahrzeug zu bauen. Und natürlich gab es in der Konzeptionsphase viele Fragen zu klären. Welche Materialien verwenden wir? Wie ökologisch sind die? Wie können wir sie verarbeiten? Wie ist die Formbarkeit der Materialien? Und natürlich auch, welcher Antrieb ist am effizientesten für unser Fahrzeug? Die Schlüsselwörter dabei waren natürlich auch Leichtigkeit, um Energie zu sparen und dabei eine hohe Stabilität. Sicher stellen Sie sich die Frage, warum die Firma Strehl & Hess sich mit dem sparsamsten Auto der Welt beschäftigt und nicht mit dem schnellsten Auto. Warum engagieren wir uns für den Ökomarathon? Wir, die wir die Trendsetter der Branche sind. Warum beschäftigen wir uns nicht mit der Formel 1? Ich muss sagen, unsere Antwort auf diese Frage lautet, dass das hier, der NIOS, für uns die Formel 1 ist. Und zwar die Formel für die Zukunft. Die Anforderungen an Mobilität haben sich heute geändert. Nicht mehr nur Geschwindigkeit steht im Vordergrund, sondern vor allem Ressourcenschonung, Sparsamkeit und der Ökologie-Gedanke. Wir müssen die Natur erhalten, also Cradle to Cradle. Das steht im Vordergrund und weist den Weg in die Zukunft. Zum Thema Nachhaltigkeit, Cradle to Cradle. Das muss sich selbstverständlich auch im Design widerspiegeln. Hier haben wir uns als Team beraten. Wir haben uns gefragt, was macht nachhaltiges Design eigentlich aus? Dabei ist uns schnell eine Sache klar geworden. Bei diesem Projekt liegt die Aufgabe in der Beschränkung der Materialien. Gleichzeitig wollten wir aber auch ein wirklich schönes, ansprechendes Design. Das hat unsere Kreativität natürlich angespornt. Von 0 auf 100 sozusagen. Wir haben uns für die leichtesten Naturfaser der Welt entschieden. Dauerweich, hypoallergen, wasserabweisend und dehnbar. Ideal geeignet für das NIOS-Konzept. Somit konnten wir den leichtesten Innenraum der Welt schaffen. Für mich als Unternehmerin spielt dabei auch eine Rolle, ob wir mit einem solchen Projekt langfristig gesehen ein nachhaltiges Wachstum in einem Unternehmen schaffen können. Mit innovativen Werkstoffen, Materialien und Verarbeitungstechniken schaffen wir eine neue fundierte Grundlage. Eine Basis für uns als Strehl & Health, gemeinsam mit unseren Kunden eine Welt zu schaffen, die auch noch für unsere Kinder lebenswert ist. Mit dem NIOS werden wir dieses Ziel erreichen. Um dem Charakter des Autos noch besser gerecht zu werden, haben wir den Arbeitstitel 0X in NIOS geändert. Einerseits steckt Genius darin. Das Auto ist klein, clever und wendig. Andererseits auch BIOS. Also der Einsatz nativer Werkstoffe im Fahrzeug wird im Namen wieder gespiegelt. Das Wettbewerbsfahrzeug orientiert sich trotz seiner klaren Auslegung für den Shell Eco-Marathon an Bedingungen des realen Straßenverkehrs. Durch den Brennstoffzellenantrieb und den großflächigen Einsatz nativer Werkstoffe ist das Fahrzeug ein echtes Öko-Auto. Und erst durch diese natürlichen Materialien und den absoluten Leichtbau kommen die Vorteile einer Brennstoffzelle richtig zur Geltung. Das Konzept der Studenten hat uns sofort überzeugt. Unser Team bei Streele & Hess hat gleich angefangen, sein Fachwissen über Textilien in die Entwicklung einzubringen. Wir hatten eine sehr enge Zeitvorgabe. Der Shell Eco-Marathon 2010 im April. Das ist die weltgrößte Leistungsschau energiesparendster Fahrzeuge. Für uns wie ein Grand Prix. Und übrigens, der Design- und Innovationspreis ging an den MIOS. Das Fahrzeug, was wir gemeinsam mit den Studenten aus Halle und Merseburg aufgebaut haben. Wir haben unser großes textiles Know-how genutzt, um Fasalis, die leichteste Naturfaser der Welt, in den Automobilen in den Raum zu bringen. Das ist ein Stoff, aus dem wir Träume wachsen lassen. Und das kostet ja auch nicht die Welt. Die Faser hat zusätzlich Fair-Trade-Charakter. Und sorgt auch noch für ein ökologisches Gleichgewicht. Also mit diesem Stoff, da können Sie sich einfach wohlfühlen. Das ist mal ein wirklich guter, feel-better Stoff. Weil Fasalis sich durch Licht verändert, entsteht ein besonders organisch lebendiger Effekt. Die Farbe Grün als wiederkehrendes Element symbolisiert und manifestiert den hohen Anspruch hundertprozentig ökologisch produzierter Materialien. In dem futuristischen Design mit Dach und Türen transparent, dominiert ein zartminziger Pastellton, der die Trendfarbe Clean White weiterführt und exotisch veredelt. Dieser neue Ton kombiniert sich weiter mit einem lichtneongrünen Keder, das Startprodukt der Palette der Strählen Hess geben will. Die Ausnahot des Fahrzeugs ist eine Weltneuheit. Wir haben uns nicht für herkömmliche Materialien entschieden, sondern Fasalis mehrlagig mit Harz verbunden und veredelt. Aber wir wollten sogar noch einen Schritt weiter gehen. Wir wollten wirklich ein Armaturenbrett der nächsten Generation schaffen. Dreidimensional und mit austauschbaren Armatursystemen. So haben wir eine Textilarmatur konzipiert, die sich von innen wie eine Hülle um die Karosserie spannt. Bei der Konstruktion der Sitze ist Leichtbau bei hoher Stabilität und Komfort eine Zielsetzung gewesen. Das ist uns mit einer ergonomisch geschwungenen Sandwichplatte gelungen. Diese bildet die Sitzflächen und Rückenlehnen. Für den Komfort sorgen die Sitzpolster mit einem eigens dafür kreierten Rückenvlies. Wir haben auch interessante Strukturen für die Textilien ausgewählt. Selbstverständlich mit interessanten Stickereien und attraktiven Kederverläufen. Diese machen das Interior auch im Detail einzigartig und attraktiv. Als Gesamtpaket ist der Nios Zukunft zweig. Design löst sich hier von Farbe und Form. Das Design zeigt Mut, neue Wege zu beschreiten. Und immer, wenn wir neue Wege gehen, haben wir die Kraft, die Welt zu verändern. Die Zusammenarbeit mit den jungen Menschen hat uns sehr inspiriert. Wir sehen den Nios als ein Symbol für den Weg in die Zukunft und auch für ein ganz neues Bewusstsein. Gemeinsam haben wir uns auf diesen Weg gemacht. Begleiten Sie uns dabei. Steigen Sie einfach ein und fahren Sie mit. Steigen Sie mich, ich Herr Kassi. Bin ich mal? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.